Trillpfade, wo das Auge nur hinschaut. Dieses geniale Gebiet ist mitten in der Innenstadt vom Stadion am Rande eines Schulgeländes. Deswegen ein bisschen Obacht und am besten am Wochenende laufen oder abends. Aber es macht sehr viel Spaß, weil es gehört definitiv auch zu den Bergen hier. Also kommt vorbei und genießt es. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.